Gestern YouTube-Strike und vorhin wurde mein Insta-Darm-Story gelöscht, dass der Schender lebt mal wieder in Gefahr. I'm gay. I'm a happy. 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 Ich bin ein Winkler. Ich werde es immer bleiben. Ihr werdet mich niemals runterkriegen. Ich bin jetzt eine Willensstrecke, die ihr ihr Leben nicht erreichen werdet. Ich mag Döner sehr. Ich esse in Nürnberg, gehe oft in, habe ein spezielles türkisches Lokal, in dem ich sehr gern bin. Die haben hervorragendes Dönerfleisch, einen tollen Döner-Teller und, ja, wir kennen mich, ich bin der Fan dazu. Ich bin verrückt geworden. Ich bin einfach verrückt geworden. Man sollte mich einweisen. Einer sagte mir letztens in Berlin, er sagt zu mir, ich gehe zu JC. Ich sage, was ist JC? Er sagt, Mann, Jobcenter, weißt du? Er kennt den Namen Jobcenter nicht so schön, deswegen sagt der JC. Der Baum muss weg, weg mit dem Baum. Ja, kampf den Baum. Ja, kampf, kampf, kampf. Bro, kennt ihr diese Asiaten, die so die ganze Zeit selber darüber Gags machen, den ganzen Tag, dass sie Asiaten sind? Oh mein Gott, kennt ihr Tan Schäfer? Tan ist so einer, Junge. Ich? Was für meine Augen sind nicht auf, hä? Die Seele geht kaputt, Jungs. Ich sage euch, ständig, wir sind hier bei X-Hamster, das Leben ist kein X-Hamster-Video. Ihr müsst immer eure Seele auch pflegen und hegen und da gehst du zwei-, dreimal Techno-Disco, Berlin. Danach, Bruder, da bist du nur noch ein psychologischer Wracker. Was stellst du mir eigentlich für NPC-Fragen, Junge? Digga, was war das wieder für ein gottloses Wochenende? Walter hat gestern so einen kleinen Fit gerott. Darf er so? Ey, die Bind hat gesagt, dass ich nicht die baddeste Bitch-Ho-Ho in Town bin. Hab ihr dann erst mal bombastisches Side-Eis gegeben. Bigofi, jetzt mach einen Dab, was? Jetzt einen Dab machen. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Boah, Theodor, der hat einen Geisteskrankenritz. Slay, hab ich, Bibi. Lass mal luck, später spielo. Jolo, das war selbst in meiner Jugend schon alt. Sass. Darf ich mal naschen? Dankeschön, geliebter Onkel. Dein 14-jähriger Sohn, Siegels, beantworte euch jetzt selber. Halt's Maul. Ey, mit diesem Ding hält dieser Stöpsel jetzt besser. Hätt's auch bei uns besser gehalten damit. Täglich 10 Minuten Brüst anschauen ist für deine Gesundheit genauso gut wie 30 Minuten Sport. Die ist doch meine Gesundheit wichtig, oder? Ich bin ja auch deine Oma. Genau. Dürfte man außerirdische, sofern es diese geben sollte, essen, oder wäre es haram? Junge, wallah. Was sind das für Fragen, weil du lass mal auf, Mann. Ja, geh mal, komm. Da haben wir auch zu tun, Junge. Dürfte man außerirdische, sofern es diese geben sollte, essen, oder wäre es haram? Junge, wallah. Was sind das für Fragen, weil du lass mal auf, Mann. Ja, geh mal, komm. Da haben wir auch zu tun, Junge. Rainn says my butt smells good. Würdest du eine ältere Frau daten? Safe! Safe! Digga, hä? Was ist so eine Frage, Digga? Was, oder wie viel älter? Ja, das sagst du, sag mir dein Limit. Safe! Nee, äh, äh, gibt keins, Digga. Gibt keins. Oder? Also eine 90-Jährige würdest du daten? Oh, fuck! 100% bis die Knochen auseinanderfliegen, Digga. Bis der Klack hat alles, Digga. Mir egal. Und Heimcraft-Skelet. Würdest du auch eine Jüngere daten? Warte, wie alt bist du? Wie alt bist du? 19, Digga. Würdest du eine Jüngere daten? Safe, 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 safe. Geht's mit eurer Schwester in einer Klasse? Ja. Ja, dann schon, Digga. Okay, okay, macht Spaß, macht Spaß. FBI, open up! Oma, ich bin da. Oma. Oma! Ey, was ist mit der Dawe? Oma, ich bin da! Oma. Oma, ich bin da! Was machst du denn hier? Ich hab dich hier gar nicht kaum gehört. Snooze auf die 1. Pablus, Killer, Siberia, Odens, Corvus und Iceberg, Beste. So eine Scheiße, wirklich. Snooze auf die 1. Das ist in Deutschland einfach verboten. Du brauchst Hilfe, Alter. Du bist jetzt 14. Kriegst du in ein, zwei Jahren Oberlippenbart. Und mit 18 hast du dann schon Zahnverfleischbluten wie Sau. Ey, geliebter Onkel, entspricht das ja alles den Qualitätsstandards? Von Frischfleisch? Do you sell human meat? Entschuldigen Sie, guter Mann. Passen Sie wirklich auf, da hinten sind sehr gefährliche Leute unterwegs. Sie sehen auch gefährlich aus. Danke, Bruder.